Die Wurzeln afroamerikanischer und österreichisch-alpenländischer Musikkultur werden bei der Gruppe Leinöl miteinander verbunden. Einige Tonträger hat die Familienmusik aus Juhburg bereits veröffentlicht. Verena Thaler, seit 2008 gibt es die Familienmusik Leinöl und ihr bringt immer die verschiedensten Charakteren in eurem Museum. Natürlich auch bei der neuen CD, die den Titel Winter tragt. Ja, bei unserem Winteralbum werden altbekannte Weihnachtslieder und Winterlieder gemeinsam mit neu arrangierte und selbstkomponierte Lieder verbunden, die zum Nachdenken, zum Dankbar sein und zum Entspannen anregen sollen. Elf Titel sind auf eurer CD drauf, unter anderem das Lied und enterische Zeit. Das Wort enterisch ist ein alter Mundartausdruck, den wir von unserer Oma schon kennen. Sie hat den früher selber oft benutzt. Enterisch bedeutet unheimlich, gefährlich, unwirklich. Und das ist eben in dieser Zeit passiert damals, wie das Lied entstanden ist, wie die erste Quarantäne und die erste Ausgangssperre und so weiter war. Das war sehr enterisch. Wer macht beichte Kompositionen und wer arrangiert beichte Stickel? Das machen hauptsächlich meine größten zwei Brüder, der Paul und der Simon. Im Grunde natürlich auch Papa und Mama und im Grunde helfen Ulle mit und jeder gibt seinen Teil dazu. Welche Instrumente hören wir auf der RACD? Der RACD sind Grundinstrumente wie Klavier, Gitarre, Akkordeon und Schlagzeug und besonders. Dann ist auch das Glockenspiel oder Flötenmusik dabei. Welche Instrumente, Verena, spielst du? Ich spiele Epos bei manchen Liedern oder Violine als Begleitung und die Percussion für den Rhythmus. Soli, Solindadi, werden wir gleich von eurer CD hören. Was kannst du mir über das Lied sagen? Soli, Solindadi, da geht es um Solidarität gegenüber Menschen, gegenüber allen Menschen, egal wo sie herkommen oder wie sie sind. Ein bisschen um Zufriedenheit mit dem, was wir haben. Musik 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 Vier Kinder und die Eltern haben das Musikprojekt Leinöl ins Leben geholfen. Der Bandname Leinöl leitet sich vom Wohnort Lein und dem gemeinsamen Familiennamen Oeller ab. Probt wird unter anderem daheim im Elternhaus. Verena Thaler, bitte stellen wir mal eurer Musikgruppe Leinöl vor. Ja, Leinöl besteht aus den Eltern, aus dem Leinöl-Papa Peter und der Leinöl-Mama Christine, aus den drei Brüdern Alexander, Paul und Simon und ich die Verena. Eurer Repertoire umfasst Eigenkompositionen und Volksweisen, die neu arrangiert werden. Welche Bedeutung hat für euch die Mundart? In der Mundart, das ist eine Ausdrucksform für uns, in der man sich ausdrucken kann, so wie man ist. Da braucht man sich nicht verstöhn. Und für uns ist wichtig, dass diese Art zu reden erhalten bleibt und nicht in Vergessenheit gerät. Einen besonderen Stellenwert hat das alte Lied gut bei euch? Ja, genau. Wir schauen, dass die auch nicht vergessen werden. Es gibt wunderschöne alte Lieder, die man ein bisschen neu arrangieren und ein bisschen vielleicht spritziger und attraktiver machen kann. Das versuchen wir mit unserer Musik. Wo habt ihr eure CD aufgenommen? Hauptsächlich im eigenen Proberaum. Und geschnitten hat das Ganze dann der Christoph Kapfer aus Oepping in seinem Tonstudio. Für immer das Lied werden wir nachher gleich hören. Was kannst du mir über das Lied erzählen? Für immer ist eine Liebeserklärung zwischen zwei Menschen. Und ganz im Besonderen hat das der Simon für seine Frau, die Silvia, geschrieben und hat es zur Hochzeit dann präsentiert. Das hat Tränen gegeben, Freudentränen für alle. Wo sind die nächsten Auftritte von der Gruppe Leinöl? Der nächste Auftritt wird am 15. Jänner in Prägarten in der Bruckmüh sein und danach gleich am 23. Jänner in Juhiboch im Gasthaus Anna Bröndl, unsere Albumpräsentation. Und wir hoffen stark, dass das alles hier stattfinden darf. Verena Thaler, danke, dass du heute bei mir in der Sendung warst und eurer CD präsentiert hast. Für immer von der Gruppe Leinöl. Hören wir jetzt. Wenn ich dich anschaue, dann gehau'n dein Mund. Dann geht für mich, egal ob's Sturm gut schneit, die Summe an. Gesungen und gespielt mit Gerhard Fluch. Der Jänner. Benannt ist der Jänner nach dem römischen Gott Janus, der mit zwei Gesichtern dargestellt wird. Er gilt als Gott des Anfangs und des Endes, der Ein- und Ausgänge, der Türen und der Tore. Mit der Einführung des julianischen Kalenders hat der Jänner die heut üblichen 31 Tage gekriegt. Der Jänner ist ein Wintermonat und auch ein Sommermonat. Auf der Nordhalbkugel der Erde, also unter anderem in Österreich und im restlichen Europa, ist der Jänner ein Wintermonat und südlich des Äquators fällt er in den Sommer. Das moderne Stickel Abendruhe wird von der neuen CD der Gruppe Leinöl präsentiert. Den Blasmusikbeitrag um halb achtig bringt uns heut' der Musikferien Ried im Traunkreis und die spiel' uns den Riedermarsch. Ich freu' mich, dass ihr dabei seid und wünsch' euch eine schöne Stunde und einen gemütlichen Abend. Gesungen und gespielt. Gesungen und gespielt.